Wie gut saugen Staubsauger mit nur wenig Wattleistung? Im spezialisierten SLG-Labor im deutschen Hartmannsdorf müssen sich Staubsauger auf glatten Böden und auf Teppichen beweisen. Kassensturz lässt hier acht Beutel Staubsauger mit niedrigem Stromverbrauch testen. Sie kosten zwischen 99 und 299 Franken. Neben der Saugleistung vergleicht das Labor den tatsächlichen Energieverbrauch mit den Angaben der Hersteller. Stimmen diese überein? Und die Geräte müssen einen Dauermotorlauf überstehen. Die Labormitarbeiter simulieren so eine etwa 10-jährige Lebensdauer. Nur ein Gerät besteht diesen Härtetest nicht. Diese Kohlebürsten waren vor Ende des Testlaufs verschlissen. Aus die Maus. Man kann sagen, dass hier der Hersteller vielleicht an der falschen Stelle gespart hat an der Qualität der Kohlebürsten. Mit etwas hochwertigeren wäre das sicher nicht passiert. Wegen den verschlissenen Kohlebürsten erzielt das Modell KVC aus dem Mediamarkt eine nur genügende Gesamtbewertung. Negativ zu Buche schlägt zudem der durchlässige Staubfilter. Note 4,3. Das Gerät von Philips zeigt ein gutes Ergebnis beim Staubsaugen auf Teppichböden. Weniger gut ist das Ergebnis auf glatten Böden. Note 4,6. Ebenfalls genügend ist das Modell von MioStar, die Eigenmarke der Migro. Gute Ergebnisse erzielt es beim Saugen entlang von Wänden. Intertronic, gekauft bei Interdiscount, eignet sich vor allem für harte Böden mit Ritzen. Mit einem Preis von 69,90 Franken, der günstigste Staubsauger im Test. Miele ist einer der grössten Staubsaugerhersteller Europas. Im Werk Bielefeld werden die Staubsauger zusammengesetzt. Die meisten Teile, wie Motor und Kabeltrommel, stammen aus eigenen Betrieben. Es braucht knapp drei Minuten, um ein Gerät fertigzustellen. Staubbeutel und Abdeckkappe inklusive. Die Staubsauger gehen von hier ins Miele-Verteilzentrum nach Gütersloh und von da in die ganze Welt. In Spitzenzeiten verlassen pro Woche rund 9'000 Geräte die Produktionshalle. Die Industrie hat die neuen Energievorgaben der EU bereits umgesetzt. Der grösste Teil der neu produzierten Geräte verbrauchen schon heute maximal 900 Watt. Mit den kleineren Motoren schliesst Miele an die Gründerzeiten an. Miele baute das Werk in Bielefeld vor 100 Jahren. Seit 1927 werden hier Staubsauger hergestellt. Die ersten Geräte brauchten nur 240 Watt. In den 30er Jahren dann mehr. Danach wurden die Motoren bis auf 2000 Watt und mehr Leistung gesteigert. Ist die Saugleistung der neuen Staubsauger bis 900 Watt mit den alten Stromschluckern vergleichbar? Für das wichtigste Testkriterium verteilt ein Labormitarbeiter mit einer Maschine Normsand auf den Teppich. Ein Roboter lässt das Gerät fünfmal hin und fünfmal her saugen. Auf glatten Böden saugt der Mitarbeiter im Takt eines Metronoms, damit für alle Geräte gleiche Bedingungen herrschen. Hier bleibt Sand zurück, weil der hintere Borstenkranz der Düse geschlossen ist. Auf glatten Böden ist dies ein Nachteil. Das Saugresultat zeigt, Neuerungen bei Bodendüsen und anderen Bauteilen wiegen die schwächeren Motoren auf. Die Saugleistungen leiden nicht unter niedrigen Wattagen. Jetzt hatten wir ein Feld von 600 bis 800 Watt und tat den Saugleistungen keinen Abbruch. Im Gegenteil, auch dafür sind Mindestanforderungen in der Eco-Design-Verordnung beschrieben. Und diese werden durch alle Staubsauger erfüllt. Die Tester messen auch die Qualität der Filter, ermitteln, wie gut die Geräte Staub zurückhalten. Zu diesem Zweck kommt der Staubsauger in den Filtrationsprüfstand. Während nun der Staubsauger saugt, misst der Labormitarbeiter die Abluft des Staubsaugers und ermittelt so, wie viel Staub hinten beim Gerät wieder herauskommt. Die Auswertung dieses Staubsaugers zeigt, die Anzahl grösserer Partikel nimmt ab. Sie bleiben im Filter zurück. Gute Noten gibt es für Elite Clean 3.1 gekauft bei Landi. Sehr gute Ergebnisse beim Saugen auf glatten Böden. Mit einem Preis von 99 Fr. das zweitgünstigste Gerät im Test. Der Compact C2 von Miele erreicht den besten Wert beim Saugen auf glatten Böden. Mit einem Preis von 299 Fr. ist er aber auch der teuerste Staubsauger im Test. Ebenfalls gute Noten für den Ultra-Silencer von Electrolux. Sehr gute Noten beim Saugen auf Teppichen sowie von glatten Böden. Note 5,1. Gleich gut, aber nur halb so teuer ist das Modell KST 680, eine Eigenmarke von Fust. Sehr gute Noten erreichte das Gerät beim Saugen auf glatten Böden und entlang von Wänden. Die Ergebnisse zeigen, beim Saugen kommt es nicht auf die Wattzahl an. Einen Stellungnahme gibt es zu verkünden zu diesem Thema. Meine Damen und Herren, sie kommt vom Mediamarkt. Dort haben wir das Modell gekauft von König. Das ist das einzige Gerät, das den Dauertest nicht überstanden hat. Der Mediamarkt sagt uns, sie haben bis jetzt zu diesem Thema keine Reklamationen bekommen. Zum Energieverbrauch, der ja auch untersucht worden ist, kann man zusammenfassend sagen, und das finde ich noch interessant zu kennen, von diesen Staubsaugern verbraucht mehr Energie, als auf der Verpackung deklariert ist. Und interessant vielleicht auch noch, wenn wir gedanklich noch mal an den Anfang zurückgehen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt Geräte, die nur noch 650 Watt verbrauchen. Die Frage ist, wie gut die abgeschnitten haben. Ihr habt es gesehen, einer dieser ist sogar mit Testsieger mit 650 Watt. Ist doch erfreulich. Haufen Fakten, Haufen Daten, alles in Ruhe, könnt ihr nachlesen in einer wunderbaren Grafik auf unserer Internetseite. Übrigens, ich kann auch wieder mal in Klammern erwähnen, dort könnt ihr selbstverständlich jederzeit jenen Test der letzten paar Jahre nachlesen. Von A bis Z, von Actionkameras bis Zahnbürstchen.